Hi, ich bin Julia. Hi, ich bin Robin. Wir haben vor einigen Wochen den Slogan SUH4SUH ins Leben gerufen. Und ich will euch jetzt mal kurz erklären, was das für unsere Mitarbeiter hier bedeutet. SUH4SUH bedeutet für uns, dass wir ein zuverlässiger Partner für unsere Mitarbeiter sind. Dass wir als Team hier agieren und sich jeder hier hinkommen kann und wohlfühlen kann. Aber wie machen wir das am besten, war für uns die Frage. Für uns ist SUH4SUH eine Lebenseinstellung. Wir wollen mit unseren Mitarbeitern als Team agieren, die Zukunft jedes Einzelnen sehen und betrachten. Und nicht nur bei der Arbeit zusammen sein, sondern auch ab und an mal nach der Arbeit zusammen eine Planwagen-Tour durchs Bergische machen. Mit unserem Jobrat gemeinsam eine Tour machen oder einfach den Arm zusammen ausklingen lassen. Wir sehen unsere Kunden als Partner. Wie genau kann das aussehen? Wenn wir bei uns in der Technikabteilung anfangen, heißt es, dass wir mit unseren Kunden neue innovative Wege entwickeln können. Das geht dann weiter über das Marketing. Unser Marketing kann Online-Kampagnen, Flyer und weiteres mit dem Kunden zusammen designen und entwickeln. Das Ganze kann man dann auch weiterspielen Richtung EDV-Buchhaltung. Unsere Idee ist dahinter, dass wir dem Kunden nicht nur einen Artikel verkaufen, sondern den kompletten Service dahinter. Das ist SUH4SUH für uns und für unsere Kunden. Gemeinsam wollen wir als Team SUH4 für jeden Einzelnen eine sichere und zufriedenstellende Zukunft gestalten. Werd auch du Teil des Teams. Mit unseren Kunden wollen wir gemeinsam eine effiziente und innovative Zukunft machen. Werd jetzt du auch ein Teil von SUH4. Werd jetzt!